Mit einem Konzert der anderen Art haben am vergangenen Montag drei Musiker des Jahr 2012 in der Baden-Badener Stiftskirche ausklingen lassen. Außergewöhnlich war dabei die Zusammensetzung des Trios Uwe Serre an der Orgel, der Solotrompeter Holger Bronner und die Sopranistin Diana Marina Fischer. Das Silvesterkonzert in der Stiftskirche hat nun schon eine über zehnjährige Tradition und in den letzten Jahren hat es eigentlich eher vom Publikumszuspruch her noch zugenommen. Die Leute haben gern nochmal an diesem Silvesterabend so einen Ruhepunkt, wo sie nochmal durchatmen können, vielleicht auch ein bisschen ruhig werden können. Eine Stunde Musik hier in der Stiftskirche und danach bleibt immer noch Zeit in das neue Jahr hinein zu feiern. Experimentell starteten die Musiker in den Konzertabend vorbei an den Bibelübermalungen von Arnulf Reiner, einer Leihgabe aus dem Museum Frieder Burda, trafen sich Gesang und Trompete im Hauptchor zum musikalischen Dialog. Die junge Sopranistin singt dabei an Silvester nicht zum ersten Mal in einer Kirche. Also ich bin ja hauptsächlich Oratoriensängerin und da ist das eigentlich für mich relativ normal. Wir haben ja das Programm in der Kombination mit Orgel, Sopran und Trompete, das natürlich in der festlichen Barockmusik seinen Ausdruck findet und das natürlich auch das Publikum sehr anspricht. Allerdings versuchen wir auch immer einige Akzente zu setzen, die vielleicht aus der modernen Musik dann kommen und auch vielleicht auch gelegentlich zu irritieren. In erster Linie aber um zu unterhalten, was den drei Berufsmusikern am Silvesterabend bis kurz vor 23 Uhr vortrefflich gelang. Danach hieß es auch für sie, auf nach Hause zur Familie den Jahreswechsel zu feiern. Naja, ich habe ja hier Heimspiel. Ich komme ja aus Baden-Baden gebürtig. Ich lebe ja mittlerweile in Nürnberg und da schlage ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn ich kann hier beruflich hier sein und dann im Anschluss mit meiner Familie auch noch privat. Na gut, das ist natürlich schon was Besonderes im Jahr. Ich habe selbst Familie und so. Und natürlich haben wir vorher noch im Orchester auch das Konzert im Kurhaus. Und das ist schon natürlich eine gewisse Entsagung, solche Momente nicht bei der Familie zu verbringen, sondern einfach jetzt hier in der Kirche. Aber das ist einfach so ein toller Jahresabschluss. Den möchte ich nicht missen. Und das ist einfach eine super Atmosphäre. Und da macht das Musizieren natürlich halt auch doppelt Spaß.